Hallo meine Freunde und Freunde, ich bin auf meinem Kanal Mann aus MeinMuster und heute ist ein Bedankungsvideo fällig, denn ihr habt die 15 Abonnenten erreicht und dafür danke ich euch mega hart, dass ihr 15 Abonnenten schon seid, 15 MeinMenschen auf meinem Kanal, die versuchen jeden Tag mein Video zu gucken. Viele davon haben auch schon die Glocke aktiviert und ich würde sagen, deswegen geht es, und jetzt aufgepasst, am Sonntag um 11.30 Uhr Sonntag, den, ich weiß gerade nicht welchen Tag, wir haben auf jeden Fall den kommenden Sonntag, wenn ihr das Video jetzt guckt, den Sonntag darauf, kommt ein, um 11.30 Uhr ein Live-Song. Live-Song. Stream. Stream. Jetzt kommt ein Live-Stream. Um 11.30 Uhr. Und ich hoffe einfach, dass ihr einschalten werdet, dass ihr mir kräftig Tipps geben werdet. Ich werde ein bisschen auf Servern herumspielen, ich werde ein bisschen, ja also ich werde so ein bisschen schnickschnack irgendwas machen. Und, ähm, ups, da bin ich gerade eben drauf gekommen. Ich werde alles Mögliche noch machen. Und, ja, da habe ich schon mega Bock drauf, das zu machen. Da seht ihr sie auch nochmal in den Himmel, habt ihr sie fast schießen sehen. Auf jeden Fall, ich werde ein bisschen auf Servern spielen, ich werde ein bisschen weiter Minecraft Survival machen und ein bisschen andere Sachen spielen. Okay, vielleicht spiele ich auch gerne nochmal Madeline Stuntcast. Und ich werde sagen, wenn, ich hoffe, wir knacken bei diesem Video, diesem Verdankungsvideo, die, jetzt passt auf, 5 Likes. 5 Likes, 5 Likes, knacken wir das? Ich hoffe ja, ihr seid 15 Abonnenten, ihr könnt das auf jeden Fall schaffen. Ich will die Erde jetzt nicht zu hoch klicken, aber 5 Likes sollten schon genügen. Ich hoffe, ihr schafft das, aber trotzdem, wenn nicht, gibt's um 11.30 Uhr am Sonntag einen Live-Stream. Ich bereite mich natürlich auch vor. Wie ihr seht, habe ich auch für das Bedankungsvideo ein kleines Podest errichtet. Und weil ihr das seid, fülle ich nochmal Feuerwerk nach. Feuerwerk. 1, 2, 1, 2, 3, 4, so. Und jetzt würde ich sagen, zum Abschluss fülle ich nochmal ein bisschen Feuerwerk rein. Und dann verabschiede ich mich mit einem kräftigen Leute. 3, 2, 1 und das war's mit diesem Video, meine Lieben Freunde. Ich bin's, euer Meinungser gewesen. Natürlich freue ich mich mega auf den Sonntag. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf den Sonntag. Ich hoffe, ihr schaltet auf jeden Fall ein. Es ist 11.30 Uhr bei mir am Sonntag in meinem YouTube-Kanal. Ja, ich wünsche euch dabei einfach ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr seid dabei und erlebt auch diesen Spaß und könnt ihn auch mitverfolgen. Ich wünsche euch dabei einfach ganz viel Spaß. Und naja, vergesst weiterhin nicht, auch wenn wir 15 Abonnenten schon sind, doch weiter zu abonnieren. An die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Videos mehr von mir verfasst, wie dieses Dankessagungsvideo oder wie man das auch immer nennen kann. Und dann lasst auf jeden Fall ein Lack da. Wie gesagt, knacken wir die 5 Likes. Sowohl ich jetzt da hochfliege, dann knacken wir die 5 Likes, wenn ich jetzt in 5, 4, 3, 2, 1, Ich hab's geschafft! Das heißt, wir knacken die 5 Likes. Ich habe schon mega Bock drauf. Ich hoffe, ihr schafft es. Und dann gibt es auf jeden Fall am Sonntag auch ohne die 5 Likes. Ein Live-Stream, 11.30 Uhr, schaltet auf jeden Fall ein. Bei mir, meinem Kanal. Ich habe mir mega viel Mühe gegeben. Dann hoffe ich, kommt ihr auch vorbei. Und ja, ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. All mein Master, MM, bis dann. Ciao, ciao.